Das Siemens Conductor Scholarship der Karajner Akademie der Berliner Philharmoniker ist eine konzentrierte Form eines Auswahlprozesses, die Beste, den besten Dirigenten zu finden, der eine Nachwuchschance verdient. Das sind viele Sachen, die zusammen spielen müssen. Wir schauen natürlich auf das Talent. Der Umgang mit dem Orchester, wie reagiere ich auf ein Orchester, was natürlich auch musikalische Sachen anbietet. Musikalisches Talent kann man erkennen daran, dass einer wirklich was mitzuteilen hat. Wie schaffen Sie es, Ihre eigenen Ideen darzulegen? Dass man von Physis, Motorik, Sensorik, Geist, Psychologie, Emotionen alles braucht. Das ist eigentlich das, was diesen Beruf so spannend macht. Ich habe mich für diesen Beruf aus Leidenschaft entschieden. Ich glaube, es ist meine Art und Weise, Ideen zu bringen und gleichzeitig auf Ideen von anderen zu führen. Dirigieren ist mein Leben und das Leben. Die Karajan Akademie bietet dem Gewinner die Möglichkeit, hier in den Kosmos der klassischen Musik einzutauchen und von und mit den Berliner Philharmonikern zu lernen. Es ist auf jeden Fall eine große Freude, diesen Erfolg erreicht zu haben. Für uns ist es wichtig, dass wir unseren Nachwuchsausbilder als Dirigenten nennen. Das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Zukunft.